Die Internetpläne der Auskunft Thai Schufa sorgen für Wirbel. Sie will offenbar soziale Netzwerke wie Facebook durchforsten, um mehr über die Kreditwürdigkeit der Verbraucher zu erfahren. Nach einem Bericht des NDR sollen Facebook-Kontakte zur Bonitätsprüfung herangezogen werden. Die Schufa spricht dagegen von einem Forschungsprojekt. Man wolle das Web als Informationsquelle wissenschaftlich hinterfragen. Politiker warnen vor Datenmissbrauch. Die Schufa dürfe nicht zum Big Brother des Wirtschaftslebens werden, sagt Verbraucherschutzministerin Aigner.